Der Vorfall in Solingen hat ja nicht nur ganz Deutschland schockiert, der hält ja vor allem Deutschland und NRW jetzt noch in Atem. Und Saskia Esken hat sich nun dazu geäußert, hat einen riesigen Shitstorm ausgelöst, weil sie hat bei Karel Mioschka gezagt, hier aus Solingen lässt sich, Zitat, nicht viel lernen. Also wirklich mal eine schräge Aussage, da muss man wirklich mal die Frage stellen. Wenn sie so sagt und sagt wie, daraus lässt sich nicht viel lernen, ja, dann ist sie nicht dazu in der Lage, daraus zu lernen. Weil da, wenn man sowas sieht, dann zeigt man nochmal ganz klar den Bürgern, hier besteht Handlungsbedarf. Und wenn dann von der führenden Partei in der Regierung, von der SPD, die Chefin sagt, Esken, es lässt sich nicht viel lernen. Wer soll denn dann daraus lernen? Wir, die Bürger. Wir haben auf viele Entscheidungen keinerlei Einfluss, beziehungsweise gar keinen Einfluss. Sie ist die, wo handeln muss. Und wenn sie sagt, daraus lässt sich nicht viel lernen, da muss man wirklich mal sagen, dann sind wir wirklich komplett verloren.